hab ich doch mal erwähnt dass ich diese würmer dinger hasse vielleicht ja ich kann es nicht oft genug sagen aha stirbt 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 ich bringe euch alle um ich schläge euch die kehle auf ich bin ganz harmlos ich bin gleich wieder tot und ich bin tot jay leute ich bin tot hey da ist ja elli hallo elli hallo hallo ja ich lebe wieder wo bin ich ach wir sind hier alles klar okay sind alle da sind alle bereit ich bin noch tot ich bin gestorben das ist auch blöd dass die dauer von den tränken nicht unendlich lang ist ich habe caroline schon wieder angezündet haha der hat angst vor uns okay sind alle wieder hier wir sind vollständig okay dann versuchen wir jetzt noch mal die brücke okay brücke weil die ist gerade näher okay los ach das ist so viel erde das ist so nervig oh shit mit dem akkombat und haben eine riesige umgekehrte okay wow ich habe schon wieder die schiffen mit mir kümmern die kümmert sich mal jemand um die um die totesser mit mir ich bin so gut gut ich bin so gut ich habe mir das bei weitem nicht so schwer vorgestellt ich auch nicht aber ich habe schon irgendwie so die die regierung der troppe und wir irgendwas retten müssen aber bei mir kommt ein troll angezündet ich dachte man muss gegen die andere teams gehen ja er hat ja irgendwie schon dass es kein pvp ist aber ich wollte aber irgendwann einander ich bin ja in deutschland und ich bin fast und ich bin nur akkombat und ich kann dann nicht durch da ist wieder so eine riesen akkombat oder drin ah aragok ist das und da sind wieder todesser ich werde angegeben von etwas was ich nicht sehe ah nein ihr wurdet nur von aragok erschlagen ja ich habe den nicht gesehen also bei mir wurde der nicht angezeigt achso ich wollte gerade schon fragen hey wie kann man aragok nicht sehen der ist bissl groß bei mir wurde eben auch der toll nicht angezeigt ok dann geht es so aragok ist fast tot so tot alles klar ich glaube ich habe den 1 hat aragok ja aragok hat die karte des rumtreibers gegeben oh nein ok alles klar das heißt das heißt tatsächlich wow 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 Achtung Leute Achtung Leute Achtung Leute Achtung Leute totesser ich hab ich hab was ich hab was ich hab was von aragok bekommen ich darf jetzt nicht sterben bei mir wird ja nicht angezeigt ich hatte keine Zeit für die ender chest oh nein haben wir das jetzt verloren nein das liegt hier rum die liegt da oh hallo Chiara Granger ich bin auch hier achso ich bin Clara achso hallo Clara ah Caroline hallo Caroline hallo Caroline hallo Caroline hallo hallo klarer Granger so das ist mega schön auf jeden Fall das ist mega schön auf jeden Fall und ich wollte Telepapier hehehe hat einer von euch das Item das denn ich hab das hingestellt ähm ja ich bin ja gestorben deswegen hab ich sie nicht mehr ich kann hin gehen und gucken ob sie da noch liegt ich wollte gerade rein und dann war da nichts mehr ich hab mir jetzt einfach mal Schneebälle geholt stirb stirb Caroline hallo 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 ey hör auf mich zu schlagen ich hab gar nichts getan du bist doch böse ah ok jetzt ist er wieder tot welche iTunes ich hab die normalen Chrono-Items ok hat hat irgendwer von euch die Karte des Rumtreibers ich hab die nicht eingeholt also die lagen jetzt mehr auf der also ich bin auf der Brücke gestorben das ist halt das Ding ja Carmen hat die eigentliche sicher glaubt ihr jetzt schon das ist recht ne ich bin nur ich bin nur ähm ich bin nur auf die Brücke gegangen ja ok und welche ja scheiße das ist jetzt weg ne ja wir müssten theoretisch warten Tipp 2 Items sind im großen Treppenhaus zu finden deswegen hat er gesagt einer soll nach oben gehen das große Kartenhaus und einer nach unten weil er jeweils ein Alten macht aaaah ja ok aber jetzt einmal komplett durchs Schloss da hinten kommt ein Totesser angelaufen ja der kommt zu uns bei mir wird ja immer noch nicht angezeigt ok ich hab dich abgeschossen wow da ist ja schon wieder ein Tod der ist ja hier bei mir wird ja eigentlich nicht angezeigt ja dann schreibt es mal in den Chat also wenn du gerade nicht absterben bist so jetzt ja sollen wir dann hier warten bis der irgendwie wieder wieder lebt ja 15 Minuten warten ja gut jetzt überlegt mal jetzt überlegt mal wie lange wir schon spielen und wie lange das jetzt gebraucht hat bis äh bis eine Viertelstunde dann rum ist welche Items hast du? also ich hab die normalen Porno-Items immer noch nein ich meine die die hat es warte mal was war Tipp 1 von Carmen ja ich hab auch eins und dann ganz schön ey ähm Leute Carmen hatte ja in den Chat geschrieben Tipp 2 aber was war Tipp 1? doch ich hab zwei Items sind da zu finden ah ups ok hier scheint ein Todesser rum zu baden ja ich merk's auch lass uns einfach so ins Verständnis gehen wir wir können ja nicht Warp Hogwarts machen oder? ne ich glaube nicht ich weiß auch gar nicht ob das wird oder sollen wir sonst einfach nur mal weisen die Visiothek weil jetzt sind die so nah dran die sonst noch nie ja aber das Ding ist äh Leute bleibt mal kurz stehen das Ding ist jetzt sind wir schon hier wenn wir jetzt einfach kurz ein bisschen Geduld haben dann können wir das Viech einfach nochmal töten und die Karte einsammeln dann müssen wir uns nicht den Weg irgendwo hinschlagen und dann wieder zurück hier her schlagen weil hier müssen wir sowieso irgendwann hin wie sich auf einmal alle zu mir drehen ähm deswegen würde ich vorschlagen dass wir tatsächlich einfach hier ein bisschen warten ähm und uns dann überlegen zum Beispiel auch welchen Weg wir dann zur Bücherei gehen oder sowas oder was meint ihr? ja also von hier aus gibt's ja glaube ich nur einen Weg ja genau weil äh hier ist ja das Ding jetzt sind wir schon hier und ob wir uns jetzt den Weg irgendwo anders hin kämpfen oder nachher den Weg irgendwo hin kämpfen das macht keinen Unterschied nur mit dem Unterschied dass wir später dann wieder zurück hier her müssten ja das stimmt auch deswegen würde ich vorschlagen dann haben wir lieber ein bisschen diese Geduld und bleiben dann erstmal hier ja weil diese paar Bosse die ja jetzt hier sind ähm ja die sind ja jetzt nicht so schlimm sage ich jetzt mal ja ja du bist doch die alten du bist doch die alten das alte nochmal die alten hast du gering an deine Engel ach so ja welche alten hast du denn ähm ich hab äh Sala, The Slytherin Lockett und äh The Tree Wizard Cup Ist das ein Painting einfach irgendwo abgegangen oder ist es von so einem Boss? Ist das ein Painting einfach irgendwo abgegangen oder ist es von so einem Boss? Oder ist es vielleicht irgendwie aus der großen Hale abgekommen oder so? Hey, hast du auch ein Item? Ich? Ne, ne, Amsel Mosul. Amsel Mosul, hast du noch ein Item? Nein. Achso, okay. Okay, ähm, wenn wir das Viech dann jetzt hier wieder besiegt haben, wenn es wieder aufwacht, ähm, wo wollen wir dann als nächstes hin? Wollen wir dann erstmal zur Bibliothek? Wollte ich das sagen. Und dann können wir ja vielleicht, ähm, in den Glockenturm und dieses andere, die den Hundu da wieder töten. Stimmt, ja. Okay, dann machen wir es so. Dann haben wir einen Plan. Okay. Ähm, okay, also die Todesser, die werden scheinbar, ähm, entfernt. Ja. Finde ich eigentlich ganz gut, weil, ach, diese Flubberwürmer, wenn die entfernt werden, wäre auch geil. Ja, die Todesser war noch ziemlich stark. Aber die Todesser, die haben übel viel ausgehalten. Ich habe mit dem verzauberten Bogen, ähm, bestimmt zwei Minuten da rumgemacht, die ganze Zeit auf ihn gefeuert. Und der hat nichts, also der ist nicht gestorben. Und bei diesen Bossen haben wir auch noch viel länger gebraucht. Was? Bei den, ähm, bei diesen großen Teilen da. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Deswegen, die Todesser, die sind auf jeden Fall overpowered, würde ich sagen. Ja. Boah, jetzt will man eben anders mal fassen, wenn wir das wegen der Schüler haben. Und das schiebe ich hier ganz gepflegt nachher. Carmen denkt sich auch nur, was machen wir. Ja. Ich feier derweil auf Carmen. Das ist natürlich gar keine Verschwendung von der Haltbarkeit von meinem Leben. Oh, sorry, Amstel Mosel. Mein erstes Bogen war wirklich halbverdruck, bevor ich gestorben bin. Ich bin die ganze Zeit in den Bogen überfreundet. Wieder essen, damit ich jetzt nicht viel gegessen bin. Ah, die hat einen NPC-Zauberstab. Wahrscheinlich hat sie damit gerade die Todesse entfernt. Ja, stimmt. Jetzt fragst du ja auch nur so, warum wir hier. Ey, wir können ja schreiben, wir streiken. Wir können ja schreiben, dass wir streiken. Warte, ich schreibe das jetzt. Wir streiken. Nein, Spaß. Obwohl, doch, das kommt, glaube ich, ganz lustig. Dann in der Folge später auch. Tja, jetzt bringen wir Carmen's Move. So, der Akromantula lebt einfach immer noch nicht. Wollen wir dabei mal den Troll töten? Der ist auf der Brücke wieder. Nein, der ist kein Troll. Ich sehe den auch nicht. Aber die Dinger sind alle mega überpowered, finde ich. Ja, im normalen Spiel würde man mit dieser Ausrüstung praktisch gar nicht mehr sterben. Tja. So, er ist tot. Der hat nicht zufällig irgendwas gegeben, oder? Nein. Hey, die Hufflepuffs. Die sollen da weggehen. Nein, 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 nein. Böse Hufflepuffs. Geh mal hier. Hey. Geh weg. Sehr schön. Wir sehen, dass wir nicht essen. Es geht wieder weg. Ja, genau, geht wieder. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Gar nichts. Ihr könnt alle wieder gehen. Geh weg, Hermione. Geh weg, geh weg, geh weg. Genau, auch du, Oma Anna. Nein, da kannst du mich entlang. Weg. Hier ist gar nichts interessantes. Nein, jetzt sind hier schon wieder drei drin. Ja, jetzt ist es euch. Warte mal, Pubilein fragt alle zur großen Halle. Ich glaube, die machen nur ein bestimmtes Team. Irgendwo in der Nähe. Ach, da vorne ist ein Pudessor. Die Huffis, du bist nicht in den gerade. Ja, die Huffis sollen sich darum kümmern. Ich sehe ihn auch nicht. Ich sehe ihn auch nicht. Ich kriege auch die Bossleiste angezeigt. Blau. Okay, hat einer von euch auf die Uhr geachtet, wie lange wir hier schon warten? Nein. Scheiße. Kann mir einer kurz Rückendeckung geben? Ich muss mal aufs Klo. Also, falls irgendwas aufersteht oder sonst was. Also, wird wahrscheinlich eh nichts passieren, aber nur für den Fall. Ja. Das wird noch richtig dauern. Wenn alle Teams so schlecht sind wie wir und so wenig items haben. Wir haben zwei Teams, oder? Oh, der Tod ist da nicht. Da ist schon nur die Bösenhafte da oben. Da ist schon... Hamburg ist ein paar Graschen. Die oder sechs ist so. Ich bin wieder da, höre dich. Ich bin wieder da, höre dich. Ich bin wieder da, höre dich. Um Aragog herum ist auch gar nichts. Ich sehe Aragog schon wieder, wo die Aragog sind. Ach ja, stimmt. Ach man, ich zünde immer die falschen Personen an. Ich sehe Aragog nicht. Scheiße, ich bin fast tot. Ich habe jetzt nicht mehr. Das muss man besser weglaufen. Ich habe nicht mehr so viele Herzen. Ja. Ey, das geht ja nicht mehr. Ey, nicht rauslaufen am besten, weil draußen brennt er nicht mehr. Ey, da ist jemand runtergefallen. Kommt wieder rein, weil draußen brennt er nicht. Ich seh ihn immer noch nicht. Da steht ja nicht hier rumgegangen. Ja, ich glaub nicht, dass wir zu den guten Leuten gehören. Ich glaub auch nicht. Amsel Mosel, wohin rennst du? Seht ihr an mit dem Todesser? Was? Habt ihr ihn eben gesehen, aber jetzt ist er irgendwie weg? Ich seh ihn nicht. Ich hab den Bossleiter gemacht, aber der Todesser ist gut. Ja, same. Ich seh die ganze Zeit keine Gegner. Schreibt das mal in den Chats, vielleicht kann sich ja einer der Leute darum kümmern. Also einer der Auroren oder so. Ups. Der Haffi kann weg. Ach, Azagok soll mal wieder aufstehen. Komm, genug geschlafen. Ah, da ist ein neuer Todesser. Oh, sorry. Ey, setzt doch kein Wasser. Wow, ich bin fast tot. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin hier einfach mal ganz alleine. Seht ihr? Ich renne auf den Berg und motiviere euch von dort. Okay, äh, ich habe den getroffen mit so einem Kram, aber, äh, der ist so overpowered, ne? Entschuldigung, ich bin noch zweimal schlagen. Einmal noch. Jetzt ist das gut. Ich bin noch kein Busch, doch. Worauf warten wir eigentlich die ganze Zeit? Auf Aragok. Ja, aber wenn der Nundu wieder liegt, war er ja nur kurz vor der Spinner tot. Hä, wie meinst du jetzt? Also, was willst du sagen? Also, der Nundu ist ja kurz vor Aragok gestorben. Echt? Den haben wir doch umgebracht, den sind an den. Achso, ja, aber das hat ja auch ein bisschen gedauert. Also, so fünf bis zehn Minuten oder so. Oh, leu, warum zieht sie die Brücke an? Aber der Server backt ziemlich, finde ich. Also, jetzt gerade geht's, aber eben war es schon mal wiederum. Was macht ihr da? Also, wenn Aragok ist, dann wird er mir schon wieder nicht angezeigt. Ich angle meine Spinne. Angeln wir doch mal eine Spinne. Hey. Hey. Da sind die Hufflepuffs schon wieder. Was macht ihr denn hier? Ach, blöde Hufflepuffs. Ey, vielleicht warten die auch, ob sie schon blöde standen. Ja, aber wir haben zuerst gewartet. Jetzt seh ich den Todesser. Hey, wo ist ein Todesser? Ich seh keinen. Also, ich hab oben die Leiste, aber... Achso, ja, ich... Die Leiste hab ich auch, aber ich seh auch keinen Todesser. Ja. Auch die ist. Okay. Ach, der hinten ist der. Ich erinnere dann einfach mal Rube. Wir hoffen, dass er mich umbringt. Okay, erst durch. Okay, gut. Wer ist da eigentlich gerade, oder was? Wie lange braucht Harald Gold noch? Ach. Oh, hallo, Carmen. Aragog lebt wieder, Leute. Ernsthaft? Ja. Ich seh ihn immer noch nicht immer weg. Aber geht auch ein bisschen vom Eingang weg, weil ansonsten kann sie euch schlagen. Ja, ich bin weg. Ich seh die durch schon wieder... Ich seh die durch schon wieder nicht. Brennt da nichts bei euch? Ja. Oha. Ja, also ich seh's auch komplett. So, aber die Todesleiste ist bei mir nicht angezeigt. Ich hab Fragen. Er ist fast tot. Fast? Okay, perfekt. Ich sammel das Ding dann... Ich sammel dann die Karte wieder ein und pack's in die Ender-Chest. Ja, ich hab's einfach... ...